Wir feiern heute eine wichtige Person unserer jüdischen Gemeinde. Jedes Konzert von Schuvel Basilei, jeder Auftritt hier in der Synagoge ist was Einmaliges. Ich freue mich, dass du 30 Jahre bis jetzt bei uns bist. Ich freue mich, dass du 30 Jahre bis jetzt bei uns bist. Ich freue mich, dass du 30 Jahre bis jetzt bei uns bist. Ich freue mich, dass du 30 Jahre bis jetzt bei uns bist. Ich freue mich, dass du 30 Jahre bis jetzt bei uns bist. Ich freue mich, dass du 30 Jahre bis jetzt bei uns bist. Ich freue mich, dass du 30 Jahre bis jetzt bei uns bist.